Fantastisch! Ja. Sollte also laufen. Dann würde ich sagen, direkt mal Bananenplantagen setzen. Ich habe ja eine Bananenplantage, oder? Nee, du nicht. Das Problem ist ja, dass ich ja jetzt keine... Ich habe ja jetzt leider keine kostenlosen Affen und alle ganze Scheiße. Das ist ja ärgerlich. Gibt es hier keine Cheats? Gibt es keine Cheats hierfür? Gibt es sicherlich schon. Mensch, lass doch... Guck mal, die kommen bei dir durch da unten. Natürlich kommen die durch. Ich habe aber bisher nur ein Effchen eingesetzt. Ich ja auch. Ja gut, jetzt habe ich ihn ein bisschen gepimpt. Ach stimmt, du hast ja den getunten Affen, ne? Ach, lügt nicht rum. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich fahre jetzt erst mal um Bötchen. Ja, mach das. Ich brauche die Bananenplantagen. Ja, mal. Wie viel brauche ich denn dann noch? Ach, Scheiße. Eine Runde muss ich noch überstehen irgendwie. Ja, ich auch. Ne, ich sogar zwei Runden muss ich noch überstehen. Ja, du für die Bananenplantage, ich aber für den... Oh mein Gott, das war so knapp. Ich für das Schiffchen aber. Schiffchen! Ach, Mann, jetzt gib mir... Kannst du mir ein bisschen was leihen? Nee. Ey, 20... Ich brauche 30 Dollar. Ja, aber man kann nur 500 geben. Ja, dann gib mir 500. Ja, dann sehe ich so aus. Oh Mann, jetzt muss ich... Ja, dann hör mal auf deine... auf dein Gewehr hier, ne? Deine Verantwortung. Ich meine, wir haben 260 Leben, das kriegen wir wohl hin, oder? Deine Verantwortung. Ihr habt es jetzt gehört. Noch nicht Go machen gleich, noch nicht Go. Ich muss gleich die Bananenplantage bauen. Guck mal, das ist doch das Boot. Das ist mein Problem, Alter. Wollen wir mich schon mal draufdrücken? Nein! Ich wollte gerade schon drücken. Scheiße. Ich konnte noch gerade die Bananenplantage bauen. Gerade so konnte ich die bauen. Oh, halt den verkackten. Spezial. Oh, jetzt dauert es wieder 100 Jahre, bis die da... Ach, Alter. Das dauert es wieder 100 Jahre, bis die da durchkommen. Doch, nicht drum. Mein Gott, du redest ein... Kannst du mir jetzt 500 Dollar leihen? Nein, kann ich nicht. 1.000. Kannst du mir jetzt 2.000 leihen? Gleich vielleicht. Brauch nur mal so in... 70 Runden. Ich brauche Traubenhagel, komm. Gib mir Traubenhagel! Ja, also, mir kommt Kehner durch. Und bei dir? Ja, auch nicht. Scheiße. Kehner. Kehner. Bei mir kommt Kehner durch. Bei dir, wa? Alter, mobbt mich die ganze Zeit! Er mobbt nicht! Bei wem kann ich mich da beschweren? Ruf mal Marwell an. Sag hier. Der mobbt nicht. Der verprügelt dich dann, weißt du? Was sagst du denn so? Er hat schon die Bananenplantage und ich muss noch sparen. Herzlichen Glückwunsch. Willst du, was ich gleich nochmal mache? Na, das war doch hier noch eine. Ja, logisch. Wieso kriege ich so wenig Kohle hier rein? 600 Dollar hier gerade mal am Start. Wie viel hat er? 1000 schon wieder? Ja, genau. Ach, sag. Guck mal, ich hab doch gar nichts gerade. Nichts. Schon wieder eine jetzt. 800. Oh mein Gott. Wo bleibt das ganze Geld denn hier? Oh, da kommt einer durch. Kommen wir meine Taschen. Oh, oh, oh. Ah, was lügst du denn rum? Da kam einer bei ihm durch. Ganz gefährlich. Lüg nicht rum. Ah, immer noch nicht genug. Jetzt endlich. Das brauche ich aber noch so lassen. Oh, da ist sicher. Wo brauche ich denn immer hin? Klar. Oh, Herzen, Herzen. Oh, die Herzen. Was mache ich denn jetzt hier mal? Dreifach? Dreifach, dreifach. Ne, wir machen erst mal verbesserte Sicht und machen jetzt gleich dreifach. Ach, verbesserte Sicht jetzt noch nicht machen müssen. Ab 24 kommt glaube ich erst der erste Timeblood. Ja, sicher, sicher. Ne, nix sicher. Sicher ist sicher. Jetzt muss ich gleich noch mehr Bananen-Skillen und dann mal gucken. Kann ich das schon machen? Oh, für das nächste brauche ich XP. Wollte mich verarschen. Bis bei der Bananen-Plantage muss ich jetzt hier noch so eine Scheiße machen. Oh, da kam man ja bei dir durch, ne? Ah, easy peasy. Oh, da kamen drei Stück bei dir durch, ey. Zwei gewesen, lang zählen. Boah. Fünf Stück kamen bei dir durch. Dafür, dass du mich gerade so angehst, dann muss ich meine Bananen-Plantage rauskommen. Gib mir mal eben so 1.000 hier. Gib mir mal eben so 1.000. Wenn du mir 2.000 sofort wieder gibst. Darkies Milch mit hier rechnen. Ja, ich habe die Bananen-Plantage gelevelt, top. Ja, ja. Freut mich für dich. Runde 26. Ich werde mal einen Affendorf für mich hinbauen. Ist aber nett, dass du eins für dich hinbaust. Ja, nur für mich. Danke. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist sehr nett von dir, dass du jetzt ein Affendorf nur für deine Verlangen dahin sitzt. Bitte, bitte, bitte setzt keine Affen in die Mitte. Vielen Dank. Oh, da kommt einer. Was ist denn bei dir, Lois? Was machst du da? Ja, aber ich habe ja diese Scheiße nicht hier. Diese Kacke da. Warte mal. Da muss ich mir jetzt mal was überlegen. Den machen wir jetzt erstmal auf stärkster. Lol, konntest du weiter drücken? Natürlich. Du Sackbauer. Natürlich habe ich einfach auf weiter drücken. Unglaublich. Du bist ganz dreist. Jetzt habe ich zumindest schon mal den Klebstoffaffen. Der müsste jetzt gleich zumindest schon mal dafür sorgen, dass die kaputt gehen. Nur wenn du ätzender Klebstoff hast. Habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich schon. Sonst würde der kaputt gehen, Kollege. Nein, guck. Ihr könnt es bei mir sehen. Ich habe das schon freigeschaltet. Glück nicht rum. Glück nicht rum. Glück nicht rum. So, bau mal bitte was in die Mitte, wenn ich meinen Affentor schon da hinsetze. Ja, ich überlege noch was. Affen. Guck zu euch an. Guck zu euch an. Sint ihr's schöne Orffen. Super Affen, oder das wäre ganz cool. Das wäre geil, wenn ich jetzt auch noch so einen Bayerischen Akzent hätte, weil du hast ja dann einen Balliiner Akzent und ich hätte dann einen Bayerischen. Balliiner? So, 800 Das werden wir gleich Blitzschlag skillen Blitzschlag geskillt und dann zack, läuft das hier Was haben wir denn da noch? Langlebige Bananen könnte ich machen Oh, ja Knapp hier doch Ach, lügt doch nicht rum Dann machen wir noch ein zweites Schiffchen Der nur gelogen Was kam denn? Was kommt denn da jetzt gerade? Was denn? Was denn du? Ach, er hat seine Bananenplantage schon geskillt Schon lange Schon vor 10 Runden Ja, die andere jetzt aber auch Schon auch schon lange Ja Yeah, wertvolle Bananen habe ich jetzt freigeschaltet Top Was fehlt denn jetzt noch? Was fehlt? Das ist jetzt aber ein bisschen zu leise Sag mal irgendwas cooles, was ich hier skillen kann Ähm Super für Ja, aber noch nicht die Kohle für Das ist ja nicht mein Problem Ähm, U-Boot Ja, wobei ich nicht mache Ja stimmt, das U-Boot habe ich nicht mehr Habe ich das überhaupt schon? Ah, ne, das U-Boot habe ich doch gar nicht Nein, oder? Ähm, was, warte mal Ah, stimmt, ich muss gleich den Klebstoffaffen skill ich jetzt gleich Ja, mach das, mach das Zack Oh, wie keiner bei mir durchkommt Siehst du das? Ja gut, du hast ja auch schon Ja, bis du mal Wenn du dein Rechner formatierst, dann lache ich wieder Ich will mich wieder bei Level 1 anfangen Ist ja nicht so schlimm Ihr könnt eure Sachen wiederherstellen Wenn ihr für 100 Millionen Euro das Ninja Kiwi Fanpaket kauft Na, das Echtgeldzeug kannst du alles wiederherstellen Das ist kein Thema Aber den ganzen Spielfortschritt kannst du nicht wiederherstellen Warte, nochmal, was kannst du wiederherstellen? Das ganze Echtgeldzeug, was du reingehauen hast Oh, toll Ja Das wäre nicht verloren Oh mein Gott, was sind die Bloons da? Oh mein Gott Ich würde mal was machen, was die Dinger erkennen kann, ne? Ich weiß nicht, was ich skillen soll Ich glaube, ich mache jetzt noch ein Wobei, ich baue jetzt auch mal so ein Frost Tower hier vorne Ich habe wieder mal eine Idee geklaut Ja, ich brauche vor allem mal ein bisschen was, was ich mal skillen kann Denn der Frost Tower ist noch fast nicht Fast nicht geskillt Ja, okay Gerade mal die untersten Stufen hier Bam Guck mal, mein megageiler Super-Affe da hinten Der snipet dann einfach alles weg Ich baue jetzt einen Zerstörer In zwei Runden kommt schon der Morb Ich glaube, er kommt auf deiner Seite Ja, geil Was baue ich denn jetzt noch? Keine Ahnung Das ist eine schwierige Entscheidung Passt das da noch hin? Ja Muss ich auch noch hochleveln Man, das ist mir alles noch hochleveln Schwierige Entscheidung hier Ah, die Kanone habe ich auch noch gar nicht gebaut Ja, die Kanone geht so So, auf geht's Bei wem kommt der Morb? Der ist ein Kack-Noob Ja, nicht durchgekommen Ja, nicht durchgekommen Ich habe nicht gesagt, wo er durchkommt Ich habe gesagt, wo er kommt Ja, ist er bei mir durchgekommen? Nein Ich habe Hast du mir überhaupt nicht so? Ist er bei mir durchgekommen? Nein Halt's Maul, ey Jetzt kann ich endlich auf den Scheiß hier sparen Den Superaffen Wie viel XP man denn hier braucht? Dein komischer Raketenwerfer kann nur ein Tarnballons sehen Der kann alle sehen, die es gibt Ähm, naja Ich muss den erstmal jetzt hier einstellen Stell ihn mal ein Wow, ich habe schon wieder eine Stufe freigeschaltet Bei dem Reisnagel-Scheiß Nice So Das ist doch schwer gewesen, ne? Hast du gesagt Ja Superaffe, stelle ich auch mal auf Ziel Stärkster ein Hohe Reichweite Roboaffe kann ich noch nicht Oh, den werde ich gleich machen Nee, ich werde den Gott der Sonne machen Ich mag Gott der Sonne Hast du deine Weihnachtsgeschenk schon alle gekauft? Ja Echt? Ja Hast du sie? Das ist aber neulich angekommen von Amazon Er ist auch einer von denen, die einfach alles bestellen Ja, was denn sonst, ey Warum sollte ich in ein verdammtes Kaufhaus gehen? Weil du in Berlin wohnst Und alle scheiße Kacke sind, weißt du? Weil du in Berlin wohnst Und da hast du doch quasi dann Ach, die können wir mal Diese Scheißkaufhäuser können wir mal Ja, was lutschen und so Weißt du auch Bananenrepublik Als ob ich dann ans andere Ende der Stadt fahre Sehst du aus? Hä, also bei dir keine Kaufhäuser in der Nähe sind Ja, keine guten Nicht da, wo ich das nur haben möchte Keine guten